Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial aus der Reihe Kleines großartig. Heute habe ich euch das Thema Stühle mitgebracht. Ich bin der Kumpel, bei den Stühlen gibt es auch ein paar Polsterungen. Wie ihr die Banner färbt, könnt ihr im Abspann anhand von Screenshots im einzelnen euch anschauen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz ganz viel Spaß mit dem Tutorial. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.